Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch mal wieder mit nach Wirpswede nehmen und stellen euch den Barkenhof genauer vor. Wenn man nach Bildern von Wirpswede online sucht, zeigt eines der ersten so gut wie sicher den Barkenhof. Und weil es sich bei dieser Jugendstilvilla um eines der Wahrzeichen des Künstlerdorfes handelt und wir uns dort immer wieder gerne aufhalten, stelle ich euch den Barkenhof in diesem Video etwas genauer vor. Als Hans am Ende, Fritz Markenson und Otto Modersohn 1889 nach Wirpswede kamen, waren sie quasi die ersten Künstler, die sich hier angesiedelt haben. Zusammen mit Carl Winnen, Heinrich Vogler und Fritz Oberbeck gründeten sie dann 1894 den Künstlerverein Wirpswede und legten damit den Grundstein für das ganze Künstlerdorf. 1894 kaufte Heinrich Vogler dann den Barkenhof, der zu diesem Zeitpunkt eine einfache Bauernkäte war und baute sie nach und nach nach seinen Vorstellungen um. Der Barkenhof wurde das Wohn- und Arbeitshaus von Heinrich Vogler und auch die sogenannte Wopsweder-Familie war hier oft zu Besuch. Die Wopsweder-Familie bestand aus Heinrich und Martha Vogler, Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn und Clara und Rainer Maria Ricke. Sie alle arbeiteten und lebten zeitweise hier und so wurde der Barkenhof der Mittelpunkt der Künstlerkolonie Wirpswede. Am Ende des Gartens findet man einen kleinen Pavillon mit Sicht auf das Haus und den Garten. Hier kann man sich gut hinsetzen, etwas lesen oder einfach kurz Pause machen und sich vorstellen, wer hier schon alles lang gelaufen ist und sich für neue Kunstteile inspirieren lassen. Eine Besonderheit an Wopswede ist, dass man sich hier regelmäßig nicht nur von Kunst umgeben fühlt, sondern in gewisser Weise in Kulissen berunter Kunstwerke eintritt. Genau hier spielt zum Beispiel eines der bekanntesten Werke von Vogler, der Sommerabend, manchmal auch das Konzert genannt. Es zeigt einen Sommerabend im Kreise der Wopsweder-Familie. Hier hat der Maler zentral seine Frau Martha Vogler porträtiert, vor ihr sitzt ein großer Jagdhund. Ganz links sieht man Paula Modersohn-Becker, daneben Clara Rilke, Otto Modersohn und Agnes Wulf. Ganz rechts sitzt leicht verdeckt Heinrich Vogler selbst, seinen Bruder Franz mit einer Geige und seinen Schwager Martin mit einer Flöte. Auf mehreren ersten Versionen war auch noch Rainer Maria Rilke zu sehen, doch schließlich wurde er gestrichen, weil sich die beiden Männer gestritten hatten. Das 1905 vollendete Originalgemälde kann man sich heute in der Wopsweder Kunstschau anschauen. Im Innenhof findet man einige Fotografien von Mitgliedern der Wopsweder-Familie. Heinrich Vogler hängt hier ganz links, dann folgen seine Frau Martha Vogler, Paula Modersohn-Becker, Rainer Maria Rilke und Clara Rilke Westhoff. Etwas weiter hinten gibt es dann noch ein Bild von Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn und seiner Tochter Elzbeth. Und direkt neben dem Eingang zum Museum hängen noch einmal Martha und Heinrich Vogler. Direkt hinterm Barkenhof ist ein kleiner Waldweg und den zeigen wir euch jetzt auch noch. Wenn man sich hier immer links hält, kommt man ganz automatisch wieder zurück zum Barkenhof. Geht man rechts, gelangt man wieder in den Ortskern, wo beispielsweise die große Kunstschau und die Kunsthalle oder die Bergstraße zu finden sind. Heute bleiben wir aber einfach hier beim Barkenhof und zeigen euch, wie man wieder dorthin zurückkommt. Vorsichtig, hier wollen wir nicht runterfallen. So, und wenn man alles richtig gemacht hat, dann kommt man hier wieder raus. Die Nordseite vom Barkenhof erinnert noch am meisten an das alte Bauernhaus, das der Barkenhof ursprünglich war. Und hier über dem Portal steht ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, der oft zu Besuch war und hier auch seine Frau Clara kennenlernte. Das hat hier vor, also im Redenzentrum Social Parents. So, also mit dem da, wo wir jetzt auch nachdem. Und wieder, dann geht es noch nicht so. Jetzt gucken wir, wie auch mal zur Katarnin und jetzt hole, die Bindernhaus. Und dann schauen wir mal, was aber hier ist noch nicht so. Und dann schauen wir mal, was hier mal nicht so. Und dann machen wir uns hier, also mal nicht so. Das ist so. Und dann gucken wir uns noch nicht so. Also machen wir uns hier mal wieder einmal. Und dann machen wir uns hier mal wieder mal, ein paar Bindernhaus. Der Barkenhof hat übrigens eine sehr bewegte Geschichte, die ich heute nur im Ansatz angekratzt habe. Er war im Laufe des 20. Jahrhunderts erst Wohn- und Arbeitshaus, Kinderheim, Gartenbau- und Siedlerschule und wurde in den 1970ern sogar zwangsversteigert. Glücklicherweise ist er seitdem in Stiftungshänden und konnte dadurch saniert und wieder so aufgebaut werden, wie es sicherlich auch der Wapsweder-Familie um Heinrich Vogler gefallen hätte. Heute befindet sich im Barkenhof ein Museum mit einer Dauerausstellung und wechselnden Sonderausstellungen, in denen man viel über das Leben und Wirken Voglers lernen kann. Viele Möbel und andere Kunstwerke, die zwischenzeitlich bei Martha Vogeler im Haus im Stuhl waren, werden inzwischen wieder im Barkenhof ausgestellt. In den Nebengebäuden befindet sich außerdem das Wapsweder-Archiv. Das Museum ist täglich geöffnet. Übrigens wurde der neue Kinofilm über Heinrich Vogler teilweise direkt hier auch wirklich gedreht. Ich hoffe, euch hat der Ausflug zu diesem Wapseder-Wartzeichen gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, welches wir euch das nächste Mal zeigen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne und abonniert den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!